So, also, ähm, Mann, hier habt ihr das schon mitbekommen, von gestern, äh, Stimme, von gestern Sonntag auf heute Montag gab es aus der schwemischen Alb, ähm, ein Erdbeben, äh, ich hab selbst nichts mitbekommen, obwohl es in Fulling, äh, hat man anscheinend auch gespürt, aber, ja, ich hab da nichts gemerkt. Ähm, genau, so, hier sind die Nachrichten, äh, es wäre aktuell, so, genau, ihr könnt dann stoppen, wenn ihr wollt, so ich lesen wollt, so, noch kurze Infos halt, genau, Ja, war's eigentlich, ähm, Bad Bellingen hat auch eines der schönsten, ähm, der Malbäder, da muss man unbedingt mal hingehen, genau. Genau.